Jo Leute und herzlich Willkommen bei einem weiteren Game bei Rocket League. Diesmal machen der liebe Flake und ich ein Ranked Spiel, 2 gegen 2 und ja, ja, ein bisschen Ranked Doppel, also die Doppelliga mal ein bisschen hoch zu steigen, kleiner. Jo, dann mach dich auf den Weg mal wieder zurück. Ich bin dabei, ich sammle dabei noch eben kurze Power ab. Ja, ist das blöd. Okay, das war nicht ganz geplant. Nicht wirklich. Ich hab den anderen nicht gesehen. Ja, ich bin hart vorbeigefällt. Deiner. Ich bin gerade mal 37 Sekunden im Spiel. Ja, das Geile ist, der, der das Tor gemacht hat, ist ein Anfänger. Also, angeblich. Ja, angeblich. Ich brauch meinen kurzen Power ab. Und boosten. Keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Ja. Oh, der Tor war nicht so toll. Ich hab den Weg zurück. Oh. Ja. Okay, die sind aber auch, ähm, am, ah, ja. Ja. Das ist dieses auch ein Team. Ja, ja. So, hinten ist frei. Okay. Und? Das gibt's noch nicht. Vor dem Weg. Ich bin aber auch nicht. Wow. Hallo. 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 Wir nehmen grad auf, ähm, wir kommen dann später rüber. Oh, ihr nehmt grad auf? Ja, ja. Sorry. Ja, kein Problem. Ja, passiert. Ja. Ja. Ähm, links in der Mitte? Ja, zu spät. Schön. So. Ja, ausgleich. Okay. Hm. Zum Glück hat Affe mit Waffe gefehlt. Ja, hab auf mich eigentlich darauf gehofft. Weil, ähm, der springt nicht so geil durch die Gegend. Und er wartet immer relativ viel lang, bis der Ball da ist. Und das ist wiederum jetzt gerade nicht gut. Dein Rundes Krebs ist das schon gut. Nein, 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 nein. Mist, da. Werdest du was sagen müssen? Ja, ähm, er wär ja eh früher dran gewesen. Ok. Ja, das war auch ein interessanter Schuss. Schade, schade. Und zurück. Ja. Und natürlich wie er dran vorbei ist. Oh, schade. Was war denn das? Irgendwie ein Doppelsprung gerade nicht. Ja, und den Volley gefailt. Ja, da kommt der nächste. Ja, ich springe nie richtig. Es tut mir leid. Ja, der kommt zu dir. Schön. Nein. Ja. Bist du wieder hinten? Ja, ja. Oh, hart vorbei. Der kommt. Schön. Ja. Na gut, der war es. Bist du zu low? Das klären wir dann in der Verlängerung. Fertig. Ja. Ja. Das ist deine. Also. Ausdressen. Oder auch nicht. Boah. Boah. Das war aber sauknapp. Ja, der war schon gut. So. Dann. Würde ich sagen, haben wir gleich das nächste Rank dran. Jo. Das lieferte Setz. Ich hab gerade verwehrst den Finger eingeklemmt. Ah. Nein. Ja, deswegen spiele ich mit Controller. Ja, der lag nicht in der Tastatur, sondern mit dem scheiß Schreibtischstuhl. Deswegen sitze ich auf dem Sessel. Ja, ich auch. Leider hat er Armlehnen. Wenn sich die Armlehne zwischen Schreibtisch, äh, oder wenn sich der Finger zwischen Armlehnen und Schreibtisch einklemmt, ist das äußerst ungenehm. Natürlich ist das wieder der kleine Finger. So, das ist deine. Der Verletzte versucht hinten was zu halten. Fertig Verbindungsproblem. Wissen. Hätte ich aufgesinkt. So. Okay, ein Veteran ist dabei. Ja, ja. Aber wenn der auf dem Level mit Veteran unterwegs ist, ist der nicht unbedingt gut. Ja. Der war leicht knapp. Schön. Sehr schön. Ja, schade. Der Ball wird überhaupt nicht berührt. Ne, ich wollte ihn eigentlich abwehren. Nach dem was die da gerade machen, aber... Riskant, aber hat funktioniert. Ja, natürlich. Ist doch gewollt. Ja. Ach, schade. Ja. Der war aber knapp. Ja, der war ein bisschen zu weit vorne schon, als ich gesprungen bin. Nein! Ja. Ja. Im Notfall. Ja. 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 Ich hätte den ungern weggeschlagen. Ja. Ja, weil ich von der Seite gekommen bin. Ja, klar. Ja. 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 Ich hätte den auch nicht. Ja. Und zwei schießen. Ja. Ich würde dann schon ein bisschen sportlich werden. Ja. 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 Das war ein Gefayle heute, das werd ich nicht auszeugen, sobald man die Aufnahme runter holt. Oh mein Gott, einfach. Scheiße. Ja, passiert. Naja, aber doch nicht so. Hätte ich vielleicht sogar besser gehabt als du heute. Aber ich hab natürlich auch nichts gesagt. Ja, nein. Ach du Scheiße. Oh. Ich bin natürlich komplett falsch gesprungen. Aber dadurch hab ich immer selber ins Tor reingelinkt. Ja, der wär ja sowieso... Hättest du nix gemacht, wär der eh rein. Schlecht einfach nur. Naja, das ist dann wohl das erste Rank Doppel, das wir verlieren? Jo. Es war nicht das erste, was wir verloren haben. Also nicht das... Es ist das zweite Game. Game. Wo wir verloren haben. Oh. Der war schön. Ja, es war alles geplant. Mhm. Der kommt ja wieder zu spät. Und ein Viertes sollten sie jetzt nicht auch noch schießen. Oh, ich habe keinen Boost. Ja, die sind leider zu gut. Aber wir spielen gerade auch relativ sträubig. Die haben uns nicht sicher gefühlt nach dem Sieg gerade. Naja, beziehungsweise die gerade eben waren vielleicht immer ein bisschen Lappen. Na, schade. Das wäre noch der Ehrentreffer gewesen. Hätte es noch nichts gebracht, aber es hätte uns ein bisschen besser fühlen lassen. Ja, das war das erste Doppel-Ranked. Ja, und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir beide Games natürlich zu Null. Ja, selbstverständlich, ja. Also nicht so wie die gerade eben. Ja, ist doch alles geplant. Ja, klar. Ja, also wie immer. Geht bloß nicht auf unsere Kanäle, abonniert uns bloß nicht und so weiter und so fort. Das würden wir nie von euch verlangen. Ja, genau. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.